Hallo zusammen! Immer wieder sprechen wir von sexuell übertragbaren Infektionen. Aber was genau ist eigentlich eine Infektion? Genau das erfahrt ihr heute in diesem Video. Von einer Infektion bei Menschen spricht man, wenn sich eine Person mit einem Krankheitserreger angesteckt hat. Krankheitserreger gibt es ganz unterschiedliche. Da sind die Viren, die Bakterien, Pilze natürlich, aber auch Parasiten. Und nicht immer wird man krank, wenn man sich mit einem sogenannten Krankheitserreger angesteckt hat, also eine Infektion hat. Trotzdem ist es oft wichtig zu wissen, dass man eine Infektion hat, weil es eben auch notwendig sein kann, diese Infektion auch ohne Krankheitszeichen zu behandeln, um eben schwerere Folgen zu vermeiden. Und das gilt auch für verschiedene sexuell übertragbare Infektionen. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank.